Ja, aber hier haben wir 1, 2, 3, 4, genau. Da hinten hatten wir drei. Das heißt, wir bauen jetzt hier einmal Lucy auf. Ida. Und daneben machen wir Catherine. Ida. Und... Ja, ja. Versteh schon. Schlüsselst du? Ja, okay. Mhm. Und jetzt in dem Zimmer finden wir dann... ...halt noch eine Puppe oder was? Oder wie? Finden wir denn Jimmy? Ich weiß noch, dass hier unten war doch so ein... Äh... Run? Hm. Das ist immer gar nicht scary, Alter. Muss das jetzt so sein? Also... Geht das auch anders? Jetzt klässern wir hier runter in den Keller. Oder in den... Okay. Oh Gott. Das ist so gruselig. Okay. Jetzt haben wir die Puppe genommen. Mit Jimmy. Und... Wir müssen uns einfach viel... Alter, jetzt kommst du hier auch... So... Muss das sein. So, jetzt gehen wir wieder in den... In das andere Zimmer mit dem Geschenk. Wir freuen uns da ganz doll drauf... ...auf das Geschenk. Hm. Die Wände sehen ja immer... ...besser aus. Gar nicht. So, okay. Dann gucken wir mal. Weil wir haben jetzt hier... Also, warte mal. Wir wissen... Lucy hat ja den Arm. Die... Die macht ja hier... ...und so. Dann ist die hier. So, Ihmchen würde ich jetzt sagen... ...nimmt das Geschenk. Ja. Okay. Und sie zeigt drauf. Oder so. He he. He he. Dann nehmen wir jetzt wieder... ...alle Puppen und... ...gehen jetzt wieder in den anderen Raum. ...mh... ...mh... ...jetzt sind wir gar nicht... ...gruselig. Boah, ich liebe es mit Puppen zu spielen. Warum zum Fick stehst du jetzt auf einmal hier vor meiner... ...alter. So, hier. Lucy. Äh... ...Pose 1. Du da. So, ähm... Ähm... ...nein. So, nochmal. Lucy. Lucy nimmt das da. Du... ...machst doch bestimmt hier... ...Zeigefee oder so. Richtig? So, du machst... ...schwarze Puppe oder so. Glaube ich. Und du machst... ...das da. Nee. Das sieht nicht richtig aus. Warte mal. Ich nehme mal euch beide und vertausch euch mal. Also, du da hin. Ja. Du... ...hier hin. Nee, du nicht hier hin. Du... ...da hin. Ja. So, du... ...da hin. Oh Gott. Und... ...die andere darf zugucken, oder was? So nach Motto. Wie ihre Schwester da... ...verbuddelt wird, oder wie? ...die... ...de andere... ...die... ...warte... ...warte... ...weil... ...fick dich einfach. ...scheiße, Alter. Oh, sie ist tot. Wie traurig. Hallo? Ja. Wer ist denn jetzt Mami? Mutti? Mh. Mh. Habe ich meine Waffen wieder? Nee. Hier, das Bild liegt einfach unten. Cool, 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 cool. It's game over. Wenn du dich erwischen lässt, ist das Spiel vorbei. Von wem denn? Ich habe keinen fucking Strom mehr. Eine handgezeichnete Karte mit einer Nachricht drauf. Sie war am Sicherungskosten versteckt. Ja, ist ja wunderbar. So, das ist der Elevator. The Kitchen. Bedroom? Wie? Was? S? S? Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Studie Room. Das ist der Elevator. Das ist der Elevator. Das ist der Elevator. Das ist der Elevator. Merkmal für den Money. Habe ich dir. Das ist der Lancaster-Karte. Wo ist der f***ing scherziger, dom? Aber so wie es aussieht, verfolgt sie mich nur, wenn ich sie nicht angucke. I see you. Oh, ist ja mal gar nicht. Ich, also ey Freunde, entschuldigt, wenn ich, wenn ich vielleicht nicht so viel rede. Nein, 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 I look at you. Nein, 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 ei, 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 es sind jetzt auch noch zwei. Ist ja jetzt nicht euer Ernst. Nein, nein, nein. Hau. Also wie, ich bin doch, also ich hab doch, ich bin doch extra, also ich hab doch jetzt gar nicht irgendwie, ähm, lass mich anruhen. So, okay. Okay, wie krieg ich jetzt, wie komm ich jetzt? Okay, 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 maybe I can go over here. Nope, kann ich nicht. Aber dafür sehe ich euch jetzt auch hier alle, 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 alle sehe ich euch jetzt hier. Warte mal, aber noch ist, noch seid ihr mir, ja, kommt mal ruhig näher. Ja. Ist mir egal. Warum fährt er nicht los? Ja, warum? Das war jetzt gerade für mich. Also ich hab das eigentlich ganz gut gelöst. Wieso machst du das? Ja. Weißt du, wo er ist? Also eigentlich nein, aber... Ich hab ein paar Freunde für dich eingeladen. Okay. Spiel mit ihm. Nein. Müssen wir? Was? Was ist denn jetzt los? Okay. Cool. Gar nicht scary. Gut. Was geht's? Lass uns verstecken spielen. Schaffst du es bis zu mir ohne geschnappt zu werden? Wie schaffst du das bis zu mir ohne, dass ich dich gesch... Was? Zum Schlafzimmer gehen. Ja. Das ist Kronen. Wir wollen verstecken spielen. Kommt zu dem Moment nicht an mir vorbei. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Sie dürfen mich nicht sehen. Okay. Hallo? Ich vermute mal, ich muss da lang? Haben die immer das... Woanders. Auf jeden Fall da, wo du mich nicht... ...siehst. Da, wo du mich eventuell hoffentlich nicht vermutest. Boah, ihr seid ja auch gar nicht... ...gar nicht kacki, Freunde. Du bist vielleicht stur. Egal. Es warten noch viele Freunde auf dich. Was? Was? Wo kann ich denn jetzt hin? Ich will mich jetzt wegdecken, leider? Geh. Alter, was ist denn mit dem Verkehr? Ich bin weg. Ich muss zu viele. An dem ich sehe, bin ich tot. Also ich würde sagen, ja, aber ist halt schwierig. Wie, also, w-hä-hä? Also ich, ich muss an denen vorbei und muss die irgendwie ablenken, aber, okay, das hat eben nicht so gut funktioniert. Ich mein, die, das funktioniert. Das ist ganz cool. So viele, an denen ich sehe, bin ich tot. Oh, ich muss doch irgendwas machen können. So weit durch, aber noch nicht wirklich durch. Wie anders gefragt, kann ich... Ich muss nur an ihnen vorbei. Ich komme aber einfach rum. Gibt's denn irgendwie, äh... Ja, warte mal. Ist ich echt noch näher ran? Ich hab, äh, keine Ahnung, ich müsste, also ich würd, I don't know. Ich weiß ja nicht, wie ich euch austricksen könnte. Also, ja, ich muss die Dinger da fallen lassen, damit ihr irgendwie geil auf die anderen Dinger da werdet. Aber, wie komm ich da hin? Wie geht das hier? Gefällig, Spass. Krass. Sind die jetzt alle? Ich versteck mich jetzt vorsichtshalber, weil ich weiß nicht was Der Durchgang ist durch, äh, der Durchgang ist durch, genau, der Durchgang ist, oh Ich habe gedacht, dass da auch noch was runterfällt, wo die dann wieder geil drauf sind oder so Das Problem ist Hier ist irgendwas laut Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieben, ins Spiel Sie werden bestraft Ja, nee, oder? Achso Geh mal weiter, geh, 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 geh mal weiter Don't look down Ich bin weg Ich bin so weit, ich bin weg hier Oh Gott Scheiße Nein Wie kann ich denn jetzt Geht halt so Kann ich einfach, weil sie mich aus dem Lichtkegel halt vielleicht nicht gleich sieht Nein Ich dachte, ich bin, weißt du, da drunter und kann dann so sneaky, sneaky mäßig einfach so Daher kommen Aber No way Also machen wir das gleich nochmal Ja, ja, die werden bestraft Oder? Also es muss ja eine Möglichkeit geben, da auch ohne diese Magie Ich weiß nicht Was wir, wie, wie, wie betitelt alles Was wir haben Diese Gabe How? Okay Du weißt doch, was mit Mädchen passiert, die nicht lieb mitspielt Nein Sie werden bestraft Okay, also komm Also wir gucken jetzt, dass sie hier vorbeistappt Wir dann raus können Und wir müssen gucken, dass wir die andere irgendwie Abgelenkt bekommen Ich weiß zwar noch nicht, wie, aber Irgendwie muss es ja eine Möglichkeit geben Sie ja da Dahingehend abzulenken Aber die Mutti kommt jetzt hier nicht zurück, oder? Ey, das wäre jetzt richtig pain in the ass Wenn die jetzt auf einmal hier zurückkommt Aber wie soll ich das machen können? Okay, das funktioniert jetzt nochmal schmalig Vielleicht funktioniert es aber auch deswegen nicht Weil ich das Ding hier noch nicht benutzt habe Okay Also, okay Hat geklappt Okay, also sie läuft einfach nur im Kreis Nicht hier rein Okay Haben wir geschafft Ey, also entschuldigt, falls ich jetzt echt wenig rede Da müsste, glaube ich, das Schlafzimmer sein Aber Ich bin ehrlich So mit Puppen und so Das ist genau mein Kryptonite Das ist wirklich Das ist Das ist Das ist Jetzt weiß ich, was ich da wollte. Oh, scheiße. Ja, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Nein, doch nicht. Ist die Mutti lieb? Oh, nice Mutti. Oh, die Mami ist aber eine liebe Mutti. Geht wieder zurück, ne? Geht wieder zurück? No, no, no. Du gehst nicht zurück, schade. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass du in die andere Richtung gehst. Boah, leko mi one. Also wie gesagt, bitte verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so performe, wie ich das sonst mache. Bei Puppen und Kinn. Sie ist ein Monster. Hey! Sie hat unheimliche Kräfte. Was? Genau wie ihr Vater. Deshalb hat sie überhaupt keine Freunde. Hört auf! Du weißt, das ist wahr. Was stimmt nicht mit ihr? Was stimmt mit euch nicht? Sie hat Angst. Nein. Sie hat Angst, was aus ihr werden könnte. Hört auf! Hört auf, hört auf, hört auf! Nutz deine Kraft, Use your ability. Okay. Können wir hier ganz schnell wieder woanders hin? Ich muss hier raus! Und ihr seid die Puppen, die einfach scheiße sind. Du musst lieber dein Freund zu sein. Ich muss hier raus! Kannst du noch anfangen, dass es... Ey, für mich war die Fäulchen, Freunde. Das ist wirklich... Weil das ist nicht schön. Ich glaub, danach fahr ich aber erstmal kurz zur Pause. Weil das ist echt nicht schön. Vor allen Dingen, die... 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 Die Mami-Puppi ist 5000 Mal schneller hält sich. Die Freunde haben, wir möchten mit ihr spielen. Lass mich in Ruhe! Du musst lieb für deinen Freunden sein. Rose ist jetzt widerlich. Seid still! Eine halbe Rose. Rose ist keine Freude. Seid endlich still! Endlich hab ich die Kunden los. Komm, raus hier! Ja, komm! Danke! Ey, so eine Scheiße! Sorry für meine Gefluche, aber... Ich weiß das nicht mehr lange aus! Nee! Warum reden Sie von meinem Dad? Ich kenn ihn nicht mal!